Der Psittacosaurus kann sich einbuddeln, sich unterirdisch ungesehen fortbewegen und dann aus dem Nichts zuschlagen. Oh, wie niedlich wir im Kleinen sind. Noch können wir aber keine Fähigkeiten. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein paar Missionen machen und dann sehen wir uns wieder, wenn ich ein bisschen größer bin. Oh, direkt vor uns ist ein Fleischfresser. Ich glaube, der geht genau dahin, wo ich auch hin muss. Der könnte mich so zerstampfen. Vielleicht adoptiert er mich ja. Ich finde das andere Hm sorry! Ich finde das alles echt gut. Schnells jetzt mal. Okay, fressen tut er mich auf jeden Fall nicht. Ja, wir sind ja auch so zuckersüß, ne? Wer kann den kleinen Racker hier fressen? Also, das ist natürlich unser großer Vorteil. Ich finde, der springt richtig süß. Und der hat auch echt viel Ausdauer. Aber mal gucken, wie das ist, wenn der dann erwachsen ist. Dann ist es ja meistens mit der Ausdauer ein bisschen weniger. Aber der kann sich echt gut bewegen. Der sieht irgendwie böse aus. Ich vertraue dem nicht so wie dem anderen. Oh, guck mal, hier vorne sind Bärenbüsche. Ah, die können wir gar nicht essen. Oh, dann weiß ich gar nicht, was wir essen können. Da war doch gerade schon wieder ein Geräusch, oder? Weil ich mir das jetzt eingebildet. Ja, da vorne. Wie viele Dinosaurier wir hier finden. Ach, schade, der ist weggeteleportiert. Wir können uns jetzt sogar schon einbuddeln. Okay, das dauert aber ganz schön lange. Und dann können wir uns unter der Erde bewegen, ohne dass uns jemand sehen kann. Wobei man sieht den Rauch. Sie können so ein bisschen verfolgen, die Leute, wo wir hingehen. Aber es ist eine sehr interessante Fähigkeit. Okay, der hat sich jetzt aber selber wieder ausgebuddelt. Das heißt, man ist nicht unendlich da unten. Das waren, glaube ich, jetzt so 10, 15 Sekunden. Und das hat relativ viel Cooldown. Damit kann man halt gut entfliehen. Oder halt irgendwie gut hinter den Gegner kommen, oder sowas. Und ich habe auch schon so einen Ansturm gelernt. Damit können wir wohl auch Schaden machen. Aber aktuell sind wir halt noch so klein, da macht das, glaube ich, nicht viel Sinn. Und beißen können wir natürlich auch. Jetzt geht es erstmal ums Wachsen. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und die Sonne geht gerade auch unter. Deswegen warte ich jetzt einfach mal die Nacht ab. Und dann am nächsten Morgen können wir loslegen. Ach so, und wir können übrigens Blumen, Nüsse, Wurzeln und Früchte essen. Hatte ich so auch noch nie. Vielleicht können wir mal eben Blumen finden. Und dann versuchen die zu essen. Wir werden meistens irgendwie Pflanzenfresser gespielt, die halt Bären essen. Kann man bei dem auch lernen. Aber ich finde es halt cool, wenn man sich auch mal von was anderem ernähren kann. Und das scheint halt wirklich zu gehen. Aber da isst die dann auch auf. Dann sind die auch weg. Ja, aber der Hunger, der steigt. Ja, das ist ja super. Weil Blumen findet man eigentlich fast überall. Also ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben es geschafft. Wir sind vollständig ausgewachsen. Ich gehe jetzt auch einmal die Schrei mit euch durch. Wann wird das? Nee, das sind andere Schritte. Ein Konkavenator. Bisschen wie so eine Klapperschlange. Ein Konkavenator wäre interessant. Meint, ich kann mich mal einbuddeln. Und dann schleichen wir uns ran. Ich zeige euch gleich auch noch die Fähigkeiten, die ich gelernt habe. Aber das ist gerade sehr interessant. Könnte sein, dass der gerade trinkt. Ah ne, ich weiß nicht, wo der hin ist. Schade, schade. So, was haben wir denn noch an Attacken gelernt? Wir können jetzt einen Clown-Angriff... Hat man jetzt kaum gesehen. Den kann man auf jeden Fall aber auch im Spring verwenden. Der kratzt da halt so ein bisschen. Dann haben wir ein Schweifhieb. Ich weiß nicht, ob wir damit was treffen können. Aber der macht tatsächlich Blutungsschaden. Aber man kann sogar auswählen, dass man Giftschaden macht. Oder also einfach nur normalen Schaden. Ich habe mich aber jetzt einmal für die Blutung entschieden. Mal gucken, wie das funktioniert. Dann haben wir den Charge. Den hatten wir ja gerade uns schon angeguckt. Ach ne, das war das gar nicht. Entschuldigung. Der ist jetzt ein Kopfstoß. Genau, den können wir auch verwenden. Im Laufen. Und auch im Springen. Der ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht ist der sogar besser als der Clown-Angriff. Das müssen wir halt mal testen. Und dann hier dieses nach vorne chargen. Das hatten wir uns ja schon angeguckt. Und da kriegt halt jeder Schaden, der auf dem Weg gerammt wird. Aber ich glaube nicht, dass wir gegen viele Dinos was machen können. Weil wir halt so klein sind. Ich bezweifle auch, dass wir heute irgendwas erlegt kriegen mit dem. Aber an sich finde ich den cool. Der ist halt echt schnell und wendig. Oh, ich kann sogar rausspringen. Okay, das ist interessant. Das heißt, ich kann einen richtig Überraschungs-Attack machen. Aus dem Untergrund. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier runterspringe? Ach, dann kommt man aus der Wand raus. Okay. Oh, da vorne steht was. Jetzt schleichen wir uns an. Ich weiß gar nicht, ob wir das zeitlich schaffen. Ich glaube, ich habe mich zu früh hingebuddelt. Aber hat uns nicht bemerkt. Oh, hier ist richtig was los. Ein riesen Sauropode. Fleischfresser. Und ich buddle mich erstmal ein. Das ist krass. Na, ich kann halt einfach hier in die Reihen gehen. Und die mehr Angst nicht. Lass ihn mal rankommen. Und gib ihm mal so einen Schweifhieb. Und auf jeden Fall schneller als er. Oh, aber Papa kommt. Das ist nicht gut. Papa und Mama. Aber ich kann mich wieder einbuddeln. Das heißt, wir können uns wieder ransneaken. Und hat ihm gar keinen Bock auf mich. Das schaffe ich leider zeitlich nicht. Hier vorne ist wieder ein Fleischfresser. Ich werde jetzt mal was anderes versuchen. Ich werde jetzt mal vor den gehen. Wenn er stehen bleibt. Dann eine Tail Attack machen, wenn ich rausspringe. Vielleicht klappt das ja besser. Das hat gar nicht geklappt. Schade. Ich weiß noch nicht so richtig, wie man angreift mit dem. Oh, jetzt habe ich ihn auch nicht getroffen. Oh, das ist noch was Kleineres. Das ist natürlich eher meine Größe. Das ist aber auch schnell. Oh nein. Oh nein. Okay. Die Tail Attack ist, glaube ich, am besten. Muss ich aber so an den Gegnern vorbei rennen. Mit der Tail Attack treffen wir den gut an den Füßen. Der blutet auch stark. Das ist ein komischer Kampf. Er rennt wieder weiter. Er rennt wieder weiter. Tja, vor deinen Augen verschwunden. Gehen wir hinter ihm. Autsch. Er stellt sich jetzt an die Wand. Er ist weggerannt. Er ist weggerannt. Er ist weggerannt. Er sieht mich aber auch. Und jetzt auch kurz ausdauer. Leider hat sich das Kämpfen alleine als sehr schwierig herausgestellt. Deshalb habe ich mehr Unterstützung geholt von Blue Sucho. So. Sollen wir mal eine Übungsattacke aus dem Boden machen? Ja. Komm. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Das sieht sehr seltsam aus. Wir machen die Türleider. Wir müssen anfeuern. Oh, sie hat einen auf. Ach. Ne, Langhals will mir immer noch Stress. Ja, Langhals will ich. Ich glaube, ich kriege dem Langhals jetzt gleich ein. Das ist auch schon egal, da. Oh. Du musst aufpassen, er macht Blutungsschaden, wenn du gegenspringst. Das war das Krog. Das war das Krog. Das war das Krog. Oh, Stampfer. Wie schnell heilen wir denn eigentlich, weißt du was? Ich habe keine Ahnung, ne. Bis jetzt noch keinen Schaden bekommen. Das ist wirklich absurd hier, dieser Kampf. Das Krog sieht nicht gut aus. Das Krog ist fast tot. Oh, stimmt. Sucho, bleib du bedeckt. Bring dich nicht um. Bring dich nicht um. Können wir gehittet werden, wenn wir unter Boden sind? Ich weiß es nicht. Und so Stomps und so, das wäre interessant zu wissen, ne. Oh, scheiße. Hat der Schweifi? Der kann auch so zurückschnellen, ne. Der hat auch die 180 Grad Biss und so. Ja. Oh nein. Alter, alter, alter. Der kommt hoch, der Sauropode. Wir haben das Krog. Oh yeah. Sehr gut. Der kriegt auch noch einen mit. Oh, ich hänge fest. Aua. Oh Gott, ich fliege. Oh, der ist auch fast tot, oder? Sieht ja nur so. Nee, der ist auch fast tot. Lass uns den holen. Weil der, der kriegt halt Dingsschaden, ne? Ja. Aua. Oh nein, der hab ich weggekickt. Die Sonne geht wieder auf. War so ein Mist. Die Sonne geht wieder auf. Heck Shroffy. Oh, da kommt was. Juti oder so. Der ist groß. Oh ja, das ist ein Kaka. Ein Kaka mit Fell. Ja. Ja. Der hat ne Kopfnuss. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Huh. Gar kein Problem. Das sind Profis. Habe ich nochmal gehintet? Er hat Angst vor uns. Komm aber nicht hinterher, wenn ich im Boden bin. Ich bin zu langsam. Warum hat denn der Angst vor uns? Der hat halt uns nur. Ich glaube, der will stampfen, oder? Ich glaube, der hat jetzt irgendwas in den Chat, oder? Irgendwas in den Chat geschrieben. Oh, Stamper. Gerade. Da geht's rein. Jetzt dreht er durch. Da liegt irgendwas, oder? Da links. Ist das eine Leiche? Das ist ein Schädel. Wow, what? Als... Ah ja, spring mal. Oh, du bist der stärkste... Ja. ...kleine Pflanzen, was er nicht je gesehen hat. Und ich kann mich damit hinlegen, damit angreifen. Wo halt das jetzt? Einfach ein Bodybuilder. Was passiert denn, wenn ich mich damit verbuddel? Oha. Kannst du dich damit bewegen dann, meinst du? Schade, das wäre übel witzig gewesen. Direkt vor mir. Lass ihn zu zweit dann angreifen aus dem Boden. Wenn er stehen bleibt oder so. Siehst du ihn? Ja. Der bleibt halt nicht stehen, der kommt dann attacken wie ihn so. Jetzt, Junge, guck's dir an. Zack! Nochmal, komm. Oh, cool, da. Hast du einen gebuddelt? Ja. Da kommt seine Hilfe schon, ein Sucho. Buddel mich auch ein. Jetzt rennt der weg, oder was? Danke von oben! Der sammelt da gerade irgendwas. Ja, dann liegt es einfach gar nicht, dass wir... Nö, nö. Ist auch echt schwer zu hitten, finde ich, oder? Mit dem Sprung. Dafür ist das echt unbelohnt, dass man so schwer hitten kann im Jumpen. Da kommt was anderes noch von hinten. Vorsicht. Suche weg. Ja, ich bin weg. Ich buddel mich nochmal ein. Wenn man einen Damage-Buff oder so bekommen würde beim Einbuddeln und dann... Du hast gerade leider abgehackt. Ah, er rennt wieder so zu seinen Artgenossen. Und jetzt... Zack! Sehr gut. Pass auf, dass er seine großen Brüder kommen. Er macht gar keinen Schaden. Also, er macht wenig Schaden. Und er hat Gift. Wegen meinem Superschwanz. Oh nein! Der Bodyblock von uns beiden immer. Ich snieg mich gerade hin. Okay. Ah, ich habe ihn leider nicht gehittet. Ich finde, die Hitbox ist auch irgendwie komisch von dem, oder? Ich bin voll in dem drin gewesen. Ich habe ihn nicht gehittet. Ich auch nicht. Aber Crewdawn auf die Attacke bekommen. Ja, ich auch. Jetzt habe ich ihn gehittet. Oh, du musst da weg, oder? Er hat versucht gerade, um seine Beine rumzulaufen. Oh, duesiend. Und. Buddpt mich wieder ein. Hochgehoben. Das macht er nur eine Giga. Ja. Mein Einbuddeln ist abgebrochen. Ich glaube, der hat gerade einen Stoßzahn abbekommen. Gut. Ich habe kaum noch Ausdauer. Aber ich muss meinen Ausdauer tanken. Oh, der andere Sitako blockt mich, wenn er am Boden ist. Ich habe ihn auch noch mal gehittet. Keine Wecksuche. Okay. Ich gehe da einfach gleich wieder eingebuddelt hin. Der ist da richtig hoch auf einem Stein schon drauf. Der schwebt da schon, weißt du? Oh nein, ich bin fast untergefallen. Ich bin da richtig lang geglitscht. Geht's durch? Warum habe ich gesehen? Der muss eingebuddelt hingehen. Dann könnt ihr nichts machen. Ich bin bei dir, Sucho. Oh nein, ich bin im Wasser. Der hat ein Problem. Ich auch. Oh nein, der wartet hier schon. Oder was? Nein, ich werde sterben. Ich gehe unter. Das ist perfekt. Er kann mich nicht hitten dadurch, weißt du? Aber ich taus so langsam auf. Ich habe keine Ausdauer. Ich kann nicht wegrennen. Ja, ich bin tot. No. Ich versuche, in seinem Bein zu bleiben. Nein. Sie wollen mich suchen. Rette mich. Ist der König doch schon. Oh nein. Bitte. Bist du tot? Nein. Aber das Mabu ist bei mir. Das will ich. Oh, es kickt mich weg. Das könnte meine Rettung sein. Ich bin nicht. Kannst du einladen? Nein. Ich bin unter Wasser. Immer noch. Ja. Und ich bin tot. Oh, shit. Das war die Folge mit dem Zetakosaurus. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an Blusucho, dass er mitgespielt hat. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Lasst gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Und ganz wichtig, falls ihr mich unterstützen wollt, schreibt einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Ich wünsche euch jetzt noch alles. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch mal, Vielen Dank.